Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, bin sehr zufrieden mit diesem LED-TV. Der Aufbau ging leicht von der Hand, obwohl beim Zusammenbau des Standfußes etwas Kraft gefragt ist, um die zwei kleinen Schrauben in den Fernseher zu drehen. Einrichtung der Programme lief reibungslos und schnell. Menü ist einfach aufgebaut und klar strukturiert. Bild ist wirklich als gut zu bewerten. Nach ein paar kleinen Einstellungen und der Deaktivierung des Echo-TV-Modus wirkt das Bild wirklich schön klar und die Farben sehr satt. Habe eine Xbox 360 sowie einen Blu-ray-Player angeschlossen. Das Filme gucken ist jetzt wieder zu einem Erlebnis geworden. Auch der Anschluss meines Sony Walkmans an den eingebauten USB-Anschluss funktioniert ohne Probleme und das Abspielen mit dem integrierten Media-Player ebenso. Einziger kleiner Nachteil ist die Fernbedienung die bei größer Entfernung dazu neigt etwas träge zu werden stört mich aber nicht wirklich. Fazit wenn man bedenkt was dieses Gerät alles bietet ist der Preis wirklich mehr als gut. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.